Am Ende dieses Videos gehe ich nochmal auf Kritik unter einem der letzten Videos ein, weil das hier thematisch sehr gut zusammenpasst. Es soll hier heute darum gehen, warum es so ein Problem ist vieler Menschen, dass sie zu wenig Motivation haben, während sie ja eigentlich gleichzeitig erfolgreich sein möchten, über sich hinaus wachsen möchten, eine bessere Version von sich sein möchten. Und da gibt es ja einen ganzen Markt, der dieses Problem adressiert und Hilfestellungen liefert. Das ist dann der Markt der Persönlichkeitsentwicklung oder der Selbsthilfe. Und da gibt es dann auch Erklärungen dafür, warum du noch nicht erfolgreich bist, warum du nicht deine beste Version bist. Das könnte dann zum Beispiel dein Mindset sein. Du denkst einfach nicht richtig, deine Perspektive auf die Welt ist einfach nicht so, dass sie zum Erfolg führt oder es fehlt dir an Wissen. Du hast einfach noch nicht die zehn Schritte oder die drei Prinzipien für Erfolg verstanden. Oder du brauchst einen Mentor, also eine andere Person, die dich dabei begleitet, dich aus deinen alten Mustern herauszulösen und ein neuer Mensch zu werden. Oder vielleicht hast du auch nicht die richtige Version oder Vision. Du hast noch nicht eine klare Vision geschaffen davon, wie du sein willst, wer du sein willst und wie dein Leben aussehen soll. Oder eben dir fehlt die Motivation. Das ist oft ein Punkt. Und auch da hat sich dann natürlich wieder ein Bereich geschaffen, wo es eine Nachfrage gibt. Gibt es Angebote, Lösungsangebote? Vielleicht hast du deine Ziele noch nicht klar genug gesetzt und deswegen keine Motivation. Du musst genau aufschreiben, was du haben willst und es messbar machen und zu einem bestimmten Datum hinzufügen. Oder du hast zu wenig Selbstvertrauen, wirklich ins Handeln zu kommen. Deswegen solltest du einen Erfolgsjournal führen. Du solltest jeden Tag aufschreiben, warum du ein cooler Typ bist. Und dann hast du endlich das Vertrauen, um auch deine Ziele anzugehen. Oder allgemein mehr Disziplin aufbauen. Du musst Sachen machen, die hart sind, obwohl du sie nicht machen willst. Joggen gehen, früh aufstehen, kalt duschen. Und dann kannst du auch Sachen machen, auf die du keinen Bock hast, wie zum Beispiel dein Traumleben zu erreichen. Und meine Behauptung, beziehungsweise ich beziehe mich hier auf Friedrich Nietzsche, warum Menschen keine Motivation haben, warum sie im Pessimismus hängen, in Depressionen verfallen und sich nicht aus ihren Lebenssituationen herausbewegen, obwohl sie sie eigentlich nicht mögen. Die Begründung liegt im Schatten. Wir sehen sie nicht, wir sprechen sie nicht an, weil sie böse ist. Sie ist moralisch verurteilt und es ist ein Anteil in uns, den wir wegdrücken oftmals. Und das hat eben diese ganzen Konsequenzen, die ich gerade genannt habe, dass man eben nicht erfolgreich wird. Und ich werde mich jetzt darauf beziehen, das ist aus dem Buch Also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche und es geht um die Rede von den Freuden und Leidenschaften. Wir haben das in der Freie Blick schon konkreter besprochen, da gibt es auch eine Aufzeichnung dazu. Für alle, die das interessiert, können mal in die Videobeschreibung schauen, da ist ein Link zu der Freie Blick und dem Buchclub. Aber wir sprechen jetzt erstmal im Kern darum, das Thema Motivation. Und wir fangen aber mit einem Begriff an, der vielleicht etwas fremd wirkt, das ist die Tugend. Zarathustra, und Zarathustra ist der fiktive Prophet Nietzsches, also Nietzsche spricht durch Zarathustra, der spricht hier über die Tugend. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil tugendhaft zu sein, ist ähnlich wie heutzutage erfolgreich zu sein, ein cooler Typ zu sein. Und wir klären erstmal den Begriff, was bedeutet Tugend? Allgemein heißt das, eine sittlich wertvolle Eigenschaft eines Menschen. Okay, das ist eine positive Eigenschaft eines Menschen, aber im Rahmen der Sitte. Was ist die Sitte? Für bestimmte Lebensbereiche einer Gemeinschaft geltende, dort übliche, als verbindlich betrachtete Gewohnheit, Gepflogenheit, die im Laufe der Zeit entwickelt, überliefert wurde. Im Bereich einer Gemeinschaft, also die Sitte wird von einer Gemeinschaft gebildet und innerhalb dieser gibt es gute und schlechte Verhaltensweisen, sittliche Verhaltensweisen und Verhaltensweisen, die gegen die Sitte verstoßen und die in der Regel beschämt werden. Das heißt, eine Tugend im klassischen Sinne ist nichts Individuelles, sondern es ist etwas, das allgemein hin als gut bezeichnet wird und dem du dann folgen kannst. Was macht Nietzsche jetzt aber? Was sagt Nietzsche über die Tugend? Ich lese hier vor. Mein Bruder, wenn du eine Tugend hast und es deine Tugend ist, so hast du sie mit niemandem gemeinsam. Was macht er hier? Er macht eine krasse Umkehrung. Tugendhaftes Benehmen hat plötzlich nichts mehr mit zum Beispiel Christlichsein zu tun. Paulus hatte die Tugenden vorgegeben, die angeblich von Gott kommen, damit du ein guter Christ bist. Das wäre so von außen. Nietzsche sagt aber, wenn du wirklich tugendhaft bist, dann hast du deine Tugend mit niemandem gemeinsam. Das heißt, es ist 100% individuell. Das heißt, das ist eine ganz deine eigene persönliche Sache. Und wenn du eine Tugend vertrittst, die andere auch vertreten, wenn du Teil einer Sitte bist, dann ist es nicht mal eine Tugend. Was er hier macht, ist eine krasse Form der Selbstermächtigung und er definiert den Begriff für sich um. Jetzt ist die Frage, wie wird man eigentlich tugendhaft? Und da können wir hier lesen, das sind ein paar Zeilen mehr. Einst hattest du Leidenschaften und nanntest sie böse. Aber jetzt hast du nur noch deine Tugenden, die wuchsen aus deinen Leidenschaften. Du legtest dein höchstes Ziel diesen Leidenschaften ans Herz. Da wurden sie deine Tugenden und Freudenschaften. Und ob du aus dem Geschlecht der Jähzornigen wärest oder aus dem der Wollüstigen oder der Glaubenswütigen oder der Rachsüchtigen. Am Ende wurden alle deine Leidenschaften zu Tugenden und alle deine Teufel zu Engeln. Eins hattest du wilde Hunde in deinem Keller, aber am Ende verwandelten sie sich zu Vögeln und lieblichen Sängerinnen. Aus deinen Giften brautest du dir deinen Balsam. Deine Kuh Trübsal melktest du. Nun trinkst du diese süße Milch ihres Euters. Okay, das ist natürlich sehr blumig geschrieben, sehr bildhaft. Ich weiß nicht, wie wer da jetzt direkt verstehen konnte, worum es geht. Zusammengefasst erwächst die Tugend aus deinen Leidenschaften. Und die Leidenschaften, die sind etwas Anrüchiges, die sind etwas Verpöntes, etwas Böses. Leidenschaft, das kommt aus dem Leib, das ist sehr triebgesteuert. Deswegen sagt er hier auch, und ob du aus dem Geschlecht der Jähzornigen wärest oder aus dem der Wollüstigen oder Glaubenswütigen oder Rachsüchtigen. Das sind alles negative Betitelungen und daraus entsteht dann dein Höchstes. Aus deinen wilden Hunden werden die Vögel und lieblichen Sängerinnen. Aus Teufeln werden Engel. Also da steckt eine moralische Wertung mit drin. Schauen wir uns mal an, wie Leidenschaft allgemein hin definiert wird. Große Begeisterung, ausgeprägte, in Klammer auf Genuss ausgerichtete, Neigung, Passion für etwas, was man sich immer wieder zu verschaffen, was man zu besitzen sucht, für eine bestimmte Tätigkeit, der man sich mit Hingabe widmet. Das heißt, die Leidenschaft, das ist etwas sehr Primitives, das ist etwas Leibliches. Dein Leib kommt in Wallung, wenn damit etwas in Berührung kommt. Das ist nicht deine Entscheidung über die Vernunft, sondern du hast plötzlich die Leidenschaft, Bilder zu malen oder irgendwelche Triebe, die ausgelebt werden möchten und Situationen, die du aufsuchst, weil sie einfach dich so sehr in Wallung versetzen, weil sie dich so sehr motivieren. Das ist wie ein Feuer, das in dir brennt. Und jetzt fragen wir uns, wie werden denn aus solchen Leidenschaften denn Tugenden? Und da will ich jetzt mal ein Beispiel nennen, mehrere Beispiele, aber beginnen wir mal mit Mike Tyson, der mir da direkt eingefallen ist. Und daraus kann man dann auch erkennen, warum wir unsere Leidenschaften vielleicht eindämmen oder in den Schatten rücken und warum wir deswegen nicht dieselben Ergebnisse im Leben erzielen, wie zum Beispiel ein Mike Tyson, wenn man das jetzt für erstrebenswert erachtet. Mike Tyson ist einer der größten Boxer jemals. Er hat einen sehr hohen Status, ein hohes Ansehen, hat auch über seine Boxerkarriere hinaus viel erreicht. Und er war mal in einem Interview mit Tucker Carlson und der hat ihn gefragt, was empfindest du für deine Gegner im Ring? Und Mike Tyson meinte dann, ich will sie umbringen. Und die Reaktion von Tucker Carlson ist, dass er hysterisch anfängt zu lachen. Er gibt das auch zu, weil Mike Tyson hat dort ein Tabu durchbrochen. Er hat da plötzlich etwas ausgesprochen, was man sich eigentlich nicht getraut auszusprechen. Er hat über seine verborgene Leidenschaft gesprochen, über seine wilden Hunde, über das, was verpönt ist, was böse ist. Er will andere umbringen, er will anderen überlegen sein. Das ist sein Antrieb. Deswegen war er so ein erfolgreicher Boxer. Aus diesem ganz primitiven Bösen ist eine Tugend entstanden, einer der größten Boxer der Welt zu sein. Ob du das jetzt für erstrebenswert hältst, so ein Boxer zu sein, das ist eine ganz andere Geschichte, weil das ist, wie Nietzsche sagt, es ist sehr individuell, es ist 100% individuell. Es gibt nicht diese Norm, dass man sagt, Boxer sein ist gut sein und Jäger sein ist böse sein oder so. Es kommt einfach darauf an, was aus dir entspringt. Und deine Grundmotivation ist düster wahrscheinlich. Es ist düster, weil wir es so bezeichnen und weil wir es in den Schatten drücken, weil wir es moralisch verurteilen. Aber deine Grundmotivation ist leiblich, die ist instinktiv und die ist keine Verstandessache. Das ist kein Ziel, das du aufschreibst oder so, sondern das ist in dir drin. Dein Körper gerät in Motion, in Bewegung. Daher kommt das Wort Motivation. Nehmen wir den künstlerischen Bereich. Das war jetzt so der Bereich Sport und ich glaube, für viele, viele kompetitive Sportler trifft das zu, dass sie eben einfach andere dominieren wollen. Und wenn man das auf sein Extrem herunterbricht, dann ist das andere umbringen zu können. So sind wir auch konditioniert. Bei den Künstlern nehme ich jetzt mal als Beispiel Salvador Dalí. Picasso würde hier auch reinpassen und viele andere. Er hat diese surrealistischen Bilder gemalt. Dort gibt es Symboliken drin und zu diesen Symboliken hat er sich auch schon geäußert und ist auch was bekannt über seinen Hintergrund, über sein Leben. Es war ein sehr sexueller Typ, ein sehr jähzorniger Typ. Und diese Elefanten, die so berühmt sind mit den langen Beinen, die Elefanten stehen bei ihm für Macht. Das ist ein Symbol, das für Macht steht. Also für etwas, auch etwas, das eigentlich gesellschaftlich und sozial als eher negativ betrachtet wird. Macht, Machtstreben. Und das andere Symbol, das ich hier aufzeigen will, ist die Krücke. Und hier gibt es dieses Selbstporträt von ihm, wo man ihn in dieser unförmigen, weichen Art sieht. Das erinnert auch an die berühmten Uhren, die er gemalt hat, die schmelzen. Er selbst hatte große Ängste gehabt, existenzielle Ängste. Er hat auch Ängste gehabt, impotent zu werden, seine Sexualität zu verlieren. Und diese Krücken sind dann diese Stabilität, auf der alles noch fußt. Also diese fragile Stabilität, die er braucht, weil er Angst hat, einfach zu schwach zu sein für dieses Leben. Das heißt, das sind sehr unangenehme Schattenthemen sozusagen, die man hier offenlegt, die er hier in Kunst umwandelt. Und hier schöne Beispiele dafür bringt, wie etwas sehr Schönes, etwas, ja, etwas sehr Schönes aus etwas sehr Hässlichem entsteht. Seine Motivation, so zu malen, ist halt nicht ein schönes Bild zu malen, sondern es ist ganz tief in ihm verwurzelt. Es ist eine Leidenschaft. Das war der Bereich der Künstler. Wir können auch uns den Bereich der Unternehmer anschauen. Elon Musk fällt mir da ein. Einer der erfolgreichsten Unternehmer überhaupt, wo man ja, wenn man ihn nicht kennt, davon ausgehen könnte, dass er vielleicht besonders strukturiert ist, besonders diszipliniert und einfach Märkte versteht. Und versteht, welches Produkt muss ich da bringen? Wie muss sein Marketing aussehen und so weiter? Aber wenn man ihn in Interviews hört, merkt man, dass er immer wieder das Gegenteil ist. Er ist eigentlich sehr verspielt. Und man kann das konkret festmachen an zum Beispiel The Boring Company, das Unternehmen, das er eigentlich aus einem Witz heraus gegründet hat. Oder seinen Flammenwerfer, den er als Merchandise-Artikel verkauft hat, einfach weil er das in einem Film gesehen hat und lustig fand. Wie kann man, in der Mitte der Dinge, alle Dinge, die du machst, 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 die du machst? Oder du hast die Zeit für das? Wir haben viel Zeit für den Flamethrower. Das ist ein off-the-cuff-Tag. Es ist ein Hobby-Company, Called The Boring Company Which Started out as a joke And we decided to make it real And dig a tunnel Into LA And then other people asked us to dig tunnels And so we Said yes in a few cases And then we have a merchandise section That only has one Piece of merchandise at a time And we started off with a cap And there was only one thing It was just boringcompany.com Slash cap or hat That's it And then we sold the hats Limited edition It just said The Boring Company And then I'm a big fan of Space Bowls The movie And in Space Bowls Yogurt Goes through the merchandising section And they have a flamethrower In the merchandising section Of Space Bowls And the kids love that one That's the line When he pulls out the flamethrower It's like We should do a flamethrower So we Does anybody tell you no? Does anybody go Elon Maybe for yourself But selling a flamethrower The liabilities All the people you're selling this device to What kind of unhinged people Are going to be buying a flamethrower In the first place? Do we really want to connect ourselves To all these potential arsonists? Yeah, it's a terrible idea Terrible I couldn't buy one I said don't buy this flamethrower Don't buy it Don't buy it That's what I said But still people bought it Oder er hat auch zum Spaß einfach ein Auto in den Weltall geschossen Ins Weltall geschossen Und man sieht daran einfach, dass er ganz primitiv ist in seiner Basis Also seine Lust dazu, etwas zu verkaufen, ein Unternehmen aufzubauen Kommt aus einer Lust heraus, dass er etwas leiblich ist Er hat einen Spieltrieb Er findet etwas lustig Er mag die Idee Er ist motiviert in einer leiblichen Form Es ist primitiv Und da entsteht dann so ein Wahnsinnsorganismus mit so vielen Mitarbeitern Mit so viel Ordnung Und mit solchen neuartigen Produkten Die auch sehr viel Kompetenz benötigen Um produziert zu werden Und mich hat dieses Unternehmerthema damals sehr angesprochen Als ich noch in so einer Phase war Wo ich dann sehr empfänglich war für Persönlichkeitsentwicklungsthemen Und ich dann sehr in diese Moral, in diese Unternehmermoral reingegangen bin Weil ich davor sehr in dieser Loser-Mentalität drin war In dieser Sklavenmoral Und ich eher so in der Opferrolle war Und die Gesellschaft ist schlecht oder was auch immer Und ich hatte keinen Bock mehr auf diesen Status Und bin dann voll in diese neue Moral rein Die auch noch eine Moral war von außen Dass man als Unternehmer cool ist Dass man selbst sein Arbeitsumfeld gestaltet Dass man ein großes Unternehmen aufbauen kann Viel Geld verdienen kann und so weiter Und da habe ich auch Bücher gelesen Über Elon Musk, über Steve Jobs Und habe gemerkt, die arbeiten wie gestörte Elon Musk übernachtet in seinem Büro Steve Jobs auch Und dachte dann so Ja, die sind halt sehr diszipliniert Und so sagt man das ja auch Jetzt gibt es Videos mit Die fünf Regeln, um so erfolgreich zu werden Wie Elon Musk Und dann hat man sich seine Biografie vorgelesen Und hat so eine Anleitung daraus gemacht Aber diese ganzen Anleitungen funktionieren nicht Keiner ist wie Elon Musk geworden Absolut niemand Dadurch, dass er sein Buch gelesen hat Es hat etwas damit zu tun Dass er voll in seiner Leidenschaft ist Und Disziplin Er ist nicht im Büro Tag und Nacht Weil er so diszipliniert ist Disziplin würde für ihn bedeuten Nach Hause zu seiner Familie zu gehen Um sechs Uhr abends Er ist einfach sehr, sehr getrieben Genauso wie ein Steve Jobs sehr getrieben ist Und das ist etwas, was ich erst verstehen musste Weil ich mich so kaputt gearbeitet hatte Ohne, dass ich jetzt irgendwelche finanziellen Bemerkenswerten Erfolge erzielt hätte Weil ich einfach nur diszipliniert war Gegen meinen Leib die ganze Zeit gegangen bin Gearbeitet habe, Sachen gemacht habe Die ich nicht machen wollte Dachte dann, erfülle ich dieses Ideal Und die Belohnung kommt Wie damals in der Erziehung Wenn du brav bist, dann hat man dich lieb Und nichts ist passiert Und ich musste erst völlig ausbrechen Und machen, was ich will Und die ganzen Bücher vergessen Die ich gelesen habe Um dann nach meinem Maßstab Erfolgreicher zu werden Nochmal zusammengefasst Was steht den Erfolglosen im Weg Es ist der Mangel an Motivation Und der kommt eigentlich daher Dass wir in unserer Gesellschaft Durch unsere Prägung Vom Leib getrennt sind Und wir bilden uns noch dafür da ein Dass wir gute Menschen sind Weil wir vom Leib getrennt sind Weil wir nicht primitiv agieren Und weil wir unseren Leib unter Kontrolle haben Und was tatsächlich passiert ist Wir nehmen nicht mehr wahr Was unser Leib eigentlich möchte Was er nicht möchte Und wenn wir es wahrnehmen Dann bekämpfen wir es Sagen, der hat keine Ahnung Ich mit meinem Verstand Weil ich habe irgendein Buch gelesen Über Persönlichkeitsentwicklung Oder sonst was Ich habe verstanden Wie man sich verhalten muss Mein Leib ist primitiv und dumm Aber Nietzsche sagt Der Leib ist die große Vernunft Da steckt die ganze Intelligenz drin Dein Geist ist nur ein etwas am Leib Eine kleine Vernunft Die dein Leib verwendet Und es macht keinen Sinn Sich gegen den Leib zu richten Und ein anderer Punkt ist Wenn du aufhören würdest Nach irgendwelchen Konzepten zu leben Von gut und böse Und da auf dein Leib zu hören Und das was dich wirklich antreibt Dann würdest du als böse wahrgenommen werden Das heißt du würdest mit der Norm brechen Du würdest plötzlich Vielleicht auch gar nicht mehr viel Mit deinem Umfeld zu tun haben können Weil es dich nicht mehr antreibt Weil es dich nur klein hält Und du hättest andere Themen Und du hättest andere Ziele Die andere vielleicht für hochnäsig halten Oder was auch immer Wenn du plötzlich sagst Ja ich will der Beste in X sein Dann denken die Leute sofort Wow der dreht durch So der will sich über andere stellen Der will sich theoretisch über mich stellen Der ist bedrohlich Ich muss den sofort mit der Moral beschämen Damit er wieder in die Sitte reinkommt Das ist natürlich auch ein Hindernis Auf dem Weg dann Zu einer größeren Form deiner selbst Für großen Erfolg Okay und jetzt gehen wir auf die Kritik ein Die unter dem vorletzten Video kam Das letzte Video Das erklärt nochmal sehr gut Was hier über Ja auch Das ist eine gute Ergänzung Zu dem was ich hier beschrieben habe Das kannst du dir auch anschauen In dem letzten Video Wie man sich aus der Der Weg aus der Matrix Habe ich auch nochmal beschrieben Worum es in der freie Blick geht Falls das für dich interessant ist Und das vorletzte Video Das hieß Spiritualität ist für Loser Und da ging es über die Um die Verächter des Leibes Wie Nietzsche sie beschrieben hat Und da muss ich feststellen Dass ja viele nicht so begeistert waren Von dem was ich dort vorgetragen habe Weil sie eben in dieser Moral drin sind Dass der Leib eher böse ist Und das Geistige eher gut ist Und Nietzsche hat das eben genau andersrum bezeichnet Und jetzt will ich mal hier Kommentare vorlesen Ein Kommentar von Nick Feger Erstmal haha lustiger Name Und du bist schon lange dabei Das finde ich auch cool Dass du immer wieder mal reinschaust Er schreibt hier Wenn ich meinem Leib gehorchen würde Würde ich den ganzen Tag lang im Bett liegen Filme gucken Pizzen fressen Und Bier trinken Das macht mich glücklich Und das hat auch immerhin sechs Likes bekommen Und das steht auch stellvertretend für etwas Das andere auch Kopf tragen Oder auch geäußert haben Die Überzeugung Wenn ich nach dem Leib gehe Dann fresse ich mich einfach fett Dann saufe ich mich voll Dann gehe ich einfach kaputt Der Leib bringt sich um sozusagen Und wenn man jetzt Nietzsche folgt Dann ist eigentlich das Was der Leib am meisten möchte Ist über sich hinaus schaffen Man kann sich doch das damit erklären Dass er eigentlich Kinder zeugen möchte Und dafür ist er eigentlich Es ist alles auf pro Leben eigentlich eingerichtet Aber wenn du plötzlich im Bett liegen Dich besaufen möchtest Dann ist das für Nietzsche dasselbe Wie wenn du zum Workaholic wirst Und danach noch joggen gehst Und einfach dich so zugrunde richtest Dein Leib ist lebensmüde geworden Der ist tatsächlich jetzt in einem Selbstzerstörungsprogramm Und da ist er drin Weil er nicht mehr die Hoffnung hat Über sich hinaus schaffen zu können Er ist pessimistisch geworden Oftmals wenn jemand das Bedürfnis hat Müll zu fressen Also Junkfood zu fressen Nur abzuhängen Nicht mehr aufzustehen Liegt das daran Dass er sich einen Großteil des Tages lang Für etwas aufraffen musste Auf das er eigentlich keine Lust hat Und das üblicherweise die Arbeit Als Angestellter Fast alle gehen in irgendeinen Job Auf den sie keinen Bock haben Müssen sich dort auf eine gewisse Weise verhalten Das heißt sie treten aus dem Leib aus Und werden roboterartig Sprechen mit ihren Vorgesetzten Mit ihren Arbeitskollegen nicht ehrlich Das heißt sie müssen sich die ganze Zeit kontrollieren Sie sind die ganze Zeit In einer leibensverachtenden Situation Und wenn sie dann nach Hause kommen Dann wollen sie nur noch ausbrechen Und irgendwas machen Das unvernünftig ist Das Tabubruch ist Und das dann oftmals Saufen oder irgendwas Oder Junkfood oder sonst was Und sie sind halt einfach Sie sind halt lebensmüde Das Leben macht keinen Spaß Und das kommt aber daher Dass man sich gegen den Leib gerichtet hat Und Lebensumstände hat Die Anti-Leib sind Ein zweites Kommentar war So lost 2000 Der wird Sklave von vielen Dingen sein Der Sklave seines Körpers ist Und das ist ja genau die Moral Ich sage nicht dass das falsch ist Dass wenn du den Leib Als den Herrscher akzeptierst Dass der Leib nicht einfach Bedürfnisse hat Und dann Einschränkungen mit liefert Das Leben hat nun mal harte Gesetze Es gibt die Naturgesetze Und du bist halt Sklave der Naturgesetze sozusagen Oder das sind halt deine Einschränkungen Dass du halt sterblich bist Wenn du irgendwie aus dem 13. Stock springst Oder so Und genauso ist der Leib So dass er halt Essen haben will Dass er Sex haben will Dass er Bedürfnisse hat Und dass die nicht wirklich verhandelbar sind Und denen bist du dann unterlegen Ich will hier nur in Frage stellen Die Leute die jetzt das so gelernt haben Als Konzepten sich so spirituell Und klug dabei vorkommen Zu sagen Der Leib ist so ein Gefängnis Und das Geistige ist das Was leicht und frei ist Bist du wirklich Ist das deine große Einschränkung Dass der Leib essen will Dass er Schlaf braucht Dass er sich erholen muss Dass er direkt kompensieren will Wenn irgendwas passiert Das ihn triggert Oder bist du eigentlich Durch den Geist vor allem gefangen Dass du irgendwelchen Konzepten anhängst Und dann noch Konzepte Die sich gegen deinen Leib richten Man hat dich dazu Durch Konzepte gebracht Dass du deine Instinkte Und deine Bedürfnisse Deines eigenen Körpers verleugnest Ist nicht das eher das große Gefängnis Und wenn du das durchbrochen hast Und nur noch bei der Natur bist Den Einschränkungen Die die Natur dir liefert Bist du so weit Dass du sagst Ich werde mich jetzt auch davon befreien Dass ich essen muss Und den Hunger überwinden So dass ich da sitze Und verhungere Um ins Nirvana zu kommen Das ist ja das Was tatsächlich dann In letzter Konsequenz dahinter steckt Wenn du sagst Ich will nicht mehr Sklave meines Leibs sein Haha Du bist Sklave deines Leibs Ich bin voll geistig Ja Gehst du nicht kacken Isst du nicht Schläfst du nicht Das heißt Wenn du das wirklich überwinden willst Heißt das Aus diesem Leben hier ausscheiden Weil der Leib ist das Instrument Mit dem wir diese Erfahrung hier machen Und selbst wenn es stimmt Und der Mensch ist eigentlich etwas Geistiges Das nur hier diese Erfahrung Durch den Körper macht Du machst trotzdem die Erfahrung Hier durch den Körper Alles ist leiblich Du bist nicht dieses Geistwesen hier Du bist Materie Alles ist Materie Und du bist Leib Und entweder machst du die Erfahrung Oder du sagst Tschüss Und dann war es das mit dem Leben Aber Es ist leicht Sich so klug dabei vorzukommen Zu sagen Ja Der Leib ist dein Gefängnis Ich glaube Da musst du erstmal hinkommen Dass du Der Leib Als dein letztes Gefängnis Anschauen kannst Okay Ich hoffe das war klar Die Leidenschaften Sind Leiblich Der Leib Ist moralisch abgewertet Die Leidenschaften Sind moralisch abgewertet Auf der anderen Seite Kann man sich anschauen Was Wie sind denn die Leute drauf Die völlig getrieben sind Die sind unnormal Die sind Sehr individuell Oftmals Die die große Dinge Geschaffen haben Die passen sich nicht an Die folgen Ihren Instinkten Ihrem Spieltrieb Ihrem Sexualtrieb Ihrem Trieb Andere zu dominieren Und schaffen daraus Etwas Größeres Und dann ist einfach die Frage Will man der Norm angehören Es bequem haben Dann muss man aber auch Mit dem Pessimismus leben Dass man keinen so Spaß am Leben hat Aber dafür Fällt man nicht besonders Aus dem Rahmen Und wird nicht krumm Angeschaut Und nicht bekämpft Oder man sagt Ich will etwas Großes schaffen Ich habe dieses eine Leben Und ich will es voll aussutzen Und ich gehe lieber In den Konflikt Dafür Dass ich dann Ein echtes Leben habe Und dann muss ich halt Mit der Gesellschaft Und mit der Moral brechen Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal